Ich gebe es bitte wirklich ein großer Tegelöffel, jetzt geht es nicht. Wenn die Tegel an ist los, ist es vorbei. Wir brauchen bitte heute ein Tegelöffel. So, alle zusammen. Einmal bitte Ruhe und aufpassen, Böde ist anwes. Es geht los, dreht euch das Sprektatio an. Und abhüftet ihn, nein, es kann nicht besser sein natürlich. Einer Dramen und Händler hier, bitte Gott, bitte schaut zu. Kommt, 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 kommt. Die Sonne ist Jesus. Bitte mon die Tegeläce die Hörer, jetzt entführt er, jetzt entführt er! Meine Abgeordneten, der Wettelkopf, penetrar er! ...